Matthias Ostscholleck ist ein deutsch-polnischer Fußballspieler. Er steht seit der Saison 2014-15. beim Hamburger SV unter Vertrag und kann sowohl auf der Position des Linksverteidigers als auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann. Familie, Kindheit und Jugend Ostschollecks Eltern kommen aus dem polnischen Teil Schlesiens. Er spricht neben Deutsch auch Polnisch und fährt jedes Jahr zu seinen Verwandten nach Polen. Ostscholleck wuchs im Bochumer Stadtteil Langdreher und nach einem Umzug im Alter von acht Jahren im gegenüberliegenden Dortmunder Stadtteil Lütgen-Dortmund auf Laufbahn. Im Alter von sechs Jahren trat Ostscholleck dem WSV Bochum bei. 1997 kam er in die F-Jugend des VfL Bochum. Durchlief dort alle weiteren Jugendabteilungen und wurde zur Saison 2019 in die zweite Mannschaft übernommen. Während der Saison 2010-11 durfte er bei den Profis mittrainieren und wurde im Spiel gegen den VfL Osnabrück eingewechselt. Im anschließenden Spiel gegen den MSV Duisburg bestritt er sein erstes komplettes Spiel in der zweite Bundesliga. Am 29. Januar 2012 verpflichtete der FC Augsburg Ostscholleck. Bei den Schwaben unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2015. Über die Ablöse vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Am 12. Februar 2012 debütierte er beim 0-0 Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga, als er in der achte Spielminute für Marcel de Jong eingewechselt wurde. Zur Saison 2014-15 wechselte Ostscholleck zum Hamburger SV. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2017. Er debütierte am 30. August 2014, als er bei der 0-3 Niederlage gegen den SC Paderborn 07 in der 71. Spielminute für Marcel Janssen eingewechselt wurde. Schnell eroberte sich Ostscholleck einen Stammplatz und belegte in seiner ersten Saison mit dem Hamburger SV den 16. Tabellenplatz. Der gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Teilnahme an der Relegation war, dort setzte sich der HSV gegen den Karlsruher SC durch. Zum Ende der Hinrunde der folgenden Saison belegte Ostscholleck mit dem Hamburger SV den 10. Tabellenplatz. Im April 2007 wurde er erstmals in den Kader der polnischen U17-Nationalmannschaft berufen, bei der er im Spiel gegen Lettland voll 90 Minuten spielte. Nach mangelndem Interesse des polnischen Fußballverbandes wurde er im März 2011 erstmals in den Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft berufen. Bei seinem Debüt wurde er im Spiel gegen die niederländische U21 in der 22. Minute für Shevinrath Jabalifadi eingewechselt. Sonstiges Seit 2013 engagiert sich Ostscholleck bei Show Racism The Aid Card Deutschland TV. Im April beteiligte er sich bei einem Workshop der Bildungsinitiative und berichtete den Schülern und Schülerinnen über seine eigenen Erfahrungen. Mit Rassismus und Diskriminierung. Er lebt in Hamburg in der HafenCity.